Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder für euch die Spieler am Start, die am nächsten Wochenende die besten Chancen auf den Einsatz oder auf gute Punkte haben. Ja und wir würde ich sagen, schauen uns jetzt direkt mal ein paar Spiele an. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wer euch am letzten Wochenende am meisten enttäuscht hat. Bei mir war es einfach im Endeffekt wohl Joshua Kimmich, der da mit einer gelb-roten runtergeflogen ist. Ja, in den letzten Spielen habe ich mich schon öfter über ihn geärgert, weil er jetzt nicht so gute Rohpunkte gemacht hat. Mehr kann auf hohem Niveau, ist mir klar. Aber das war wirklich wieder unnötig und wie die gelbe Karte entstanden ist, ärgert mich auch Ultrasol. Ja, ansonsten will ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wer euch momentan so ein bisschen am Wochenende genervt hat. Und ich würde sagen, wir gehen dann direkt mal rein. Und zwar habe ich mich über mich selber geärgert, dass ich Benjamin Pavard nicht aufgestellt habe. Da war noch nicht klar, dass Upamecano, vielleicht hatten den auch einige, ja nicht am Start ist. Und ja, bei Kimmich ärgert mich jetzt, dass er halt gegen Bochum ausfällt. Und gegen Bochum können aber Pavard und Gravenberg profitieren. Pavard könnte einfach von der Verletzung von Upamecano profitieren. Und Gravenberg von der Gelbsperre. Ja, zwei Spieler, die da ein großes Punktepotenzial haben. Pavard hat es auch richtig gut gemacht in der Innenverteidigung. Torvorlage und ich glaube 180 Punkte in Kickpass-Sicht. Auf jeden Fall überragend. Und Gravenberg hat es sich verdient. Das wissen wir mittlerweile alle. Ja, ich habe es auch schon von euch gehört. Gravenberg auf jeden Fall einer, der Potenzial hat. Und das hat er uns gezeigt. Dementsprechend sollten wir ihn vielleicht, ja, endlich mal in der Startelf sehen. Wir würden es ihm wünschen. Und gegen Bochum wäre das natürlich perfekt. Ja, schauen wir mal. Aber ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Ja, wenn, dann macht er auf jeden Fall gute Punkte. Habt das auf dem Schirm auf jeden Fall. Kommen wir zu Gio Reyna. Ja, unter der Woche spielen die Dortmunder. Und falls er da dann nicht eingesetzt wird, muss er am Wochenende jetzt mal starten. Er hat so gute Spiele gemacht. Er hat jetzt dreimal mit relativ guten Toren überzeugt. Und spielt trotzdem nicht von Anfang an. Es müsste jetzt langsam mal in der Zeit sein. Und ich persönlich hoffe für Gio Reyna, dass er auf jeden Fall einmal langsam in der Startelf steht. Ist natürlich schwierig. Bei Dortmund momentan der Konkurrenzkampf auch echt krass. Adiemi und Brand auf jeden Fall offensiv gesetzt. Reus wieder da. Ja, ich würde ihn, wenn dann, auf der Malen-Position, wenn für Malen sehen. Ansonsten schauen wir mal. Aber klar, bei Dortmund läuft es momentan gut. Ich denke trotzdem, dass er entweder jetzt im Pokal oder in der Bundesliga starten wird. Ja, und vielleicht hat man ja sonst auch Glück, dass er nochmal ein Tor macht. Auf jeden Fall 11,3 Millionen für die Form, in der er sich befindet, auf jeden Fall relativ gut. Gut, kommen wir zu zwei Wolfsburgern. Felix Metscher und Jakub Kaminski. Ja, zwei Spieler, die mich relativ überzeugt haben am letzten Wochenende. Und ja, zwei, die gegen Schalke spielen im nächsten Spiel. Leverkusen, äh, Leverkusen-Wolfsburg spielt momentan oft zu Null. Und dementsprechend sollte vor allem gegen Schalke da auf jeden Fall ein Sieg bei rumkommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann auch, äh, ja, grüne Balken bedeutet für viele Wolfsburger. Und, ähm, die beiden, äh, sollten, denke ich mal, wieder starten. Und dementsprechend auch vor allem ein Matcher, einer, der auf jeden Fall da 120, 30 Punkte machen kann, äh, stellt den auf, wenn ihr ihn noch habt oder ihn bekommen könnt. Und, ähm, ja, kommen wir zu einem weiteren, der vom System profitieren könnte. Und zwar, ähm, fällt bei Gladbach ein Sechser-Gelb-Gesperrt aus. Und, ähm, ja, da könnte dann Kramer zurückrücken. Und, äh, da sehe ich ihn sowieso eher Stindl, dann zentral gehen und Plea endlich wieder auf links spielen. Ich persönlich denke, dass das so sein wird. Ähm, für mich sowieso unverständlich, wie er Plea mit seinen neuen Score-Run und den ganzen Vorlagen, die er insgesamt gemacht hat, da überhaupt rauslässt. Ähm, ja, für mich klare Geschichte. Ähm, ich finde, er sollte Plea wieder aufstellen. Ähm, ich denke, er wird es auch machen. Ähm, es wäre ein bisschen zu Unrecht. Vielleicht hat Plea auch kommuniziert irgendwie was, dass er wechseln will oder so. Ich weiß nicht, wieso man ihn da jetzt so außen vor lässt. Ähm, ja, der kriegt teilweise echt sehr wenig Einsatzzeit. Und für einen Spieler, den ich echt den Kick-Base relativ gut fand in der Hinrunde, äh, ist das echt enttäuschend. Und dementsprechend hoffe ich für alle Plea-Besitzer, dass er am Wochenende wieder startet. Ähm, kommen wir zu zwei Verletzten, die wieder im Back sind. Und zwar, ähm, einmal Bonas Sosa, der hat jetzt schon einen Kurzeinsatz gehabt. Ähm, ja, ich spiele, glaube ich, gegen Freiburg im nächsten Spiel. Und, ähm, ja, Patrick Schick, ähm, der schon wieder einen Kaderplatz hat. Ähm, Bonas Sosa, wir kennen alle seine Flanken. Vor allem in den letzten Spielen vor der Winterpause waren die richtig gut und Point. Jetzt fällt natürlich Ghirassi aus, ähm, ja, der Ersatz sollte im Normalfall Luka Pfeiffer sein. Ähm, ja, wenn ihr den habt, könnt ihr ihn auf jeden Fall auch aufstellen. Habe ich jetzt aber nicht mit ins Video genommen, weil ich die Punkte von Luka Pfeiffer jetzt nicht überbewerten will. Ähm, könnte ein Stil sein, wenn ihr keinen Stürmer habt. Aber ansonsten denke ich mal, Sosa für 12.5 der bessere, ja, Punkt da an dem Spieltag. Ähm, so Schick lässt sich sagen, er war letztes Mal wieder im Kader, äh, beziehungsweise seine Kaderrückkehr stand im Raum. Ob er letztendlich im Kader war, ich glaube, tatsächlich war er nicht. Ähm, egal, für diesen Spieltag auf jeden Fall, ähm, wenn er letzte Woche schon im Kader, äh, möglicherweise gewesen wäre, heißt das jetzt für diese Woche natürlich, okay, Schick könnte tatsächlich diesmal in den Kader kommen und dann ab der nächsten Woche auch spielen. Und dementsprechend, ich denke persönlich, dass Leverkusen davon profitiert und, äh, dass Wirtz dann auch auf der 10, ähm, viel mehr Freiräume hat und das so ein bisschen, ja, uns von vor einem Jahr Vibes gibt und das wieder alles gut funktioniert bei Leverkusen. Kann man nur hoffen für die Kick-Base-Punkte, vor allem für Wirtz, der jetzt ja auch schon wieder überraschenderweise gegen Augsburg auf der Bank saß. Ähm, ja, by the way, Berischer macht's echt mega gut momentan bei Augsburg, ähm, mehr kann ich da nicht zu sagen zu dem Spiel. Wirtz leider auf der Bank gewesen, verstehe ich nicht, aber gut. Ähm, vor allem, weil jetzt auch nicht Doppelbelastung war, also die spielen jetzt ja nicht dreimal nacheinander, ich hab's nicht verstanden. Egal, Schick bald wieder da, habt den auf dem Zettel, vielleicht könnt ihr den auch eintauschen, ich persönlich denke, er wird relativ gut rasieren. Schauen wir mal, ähm, ich bin gespannt und, ja, falls ihr sonst noch irgendwas habt, schreibt mir die Spieler in die Kommentare, wenn euch noch wer einfällt. Ähm, ich hab jetzt nur die genommen aus den Mannschaften, wo man auch wirklich gute Punkte, ähm, ja, erwartet. Ich meine, die meisten haben genug Geld, dementsprechend, ja, ihr habt diese Auswahl von mir. Ähm, ich hoffe, eure Spieler punkten alle gut am nächsten Wochenende, schreibt mir sonst Kommentare, falls ihr noch Anregungen habt und dann macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Ciao.